So, jetzt kriege ich eine Schaufel. Ich muss echt nochmal, ich muss noch zweimal kämpfen, oh fuck man, das ist gerade jetzt so bestanden. Oh man, ist gerade so gestanden, der wird aber auch gleich noch getestet und dann bachen sie, ja. Danke. Mann, das ist so viel Schaden gemacht. Standhaft, sehr gut. Angst, Unfug, das lass ich mir, ich darf mich nicht unterkriegen, das können mir jetzt wirklich helfen. Energie, der strömt mich. Dann halt ich mal, dann strömt ich nämlich wirklich Energie, so, zack. Nicht auf den, ach Jungs. Ist jetzt unfair. Der ist doch schon so irgendwie tot. Der bibbert nur noch vorsichtig rum, lass ihn in Ruhe. Ja. 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 Na ja, ne Fack ist jetzt nicht so ne Fortune, aber ist okay. der match ist struck. A blazing star ist born. Äh, hier, flitzende, flitzende, flitzende euch, wer der Fatsche. Ausgewicht, Alter. Du schneidest ihn eh voll zurück, obwohl es schon fast Februar ist. Hä? Bist du dumm? Was war das denn für ne Ansage? Ja. 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 Die, ROM mal hier, viele停defiz. Ja. Ganzstag. Aber wo hat der Hummel zuruldade? hàng hat schon presence der Altila einmal gewinnen. Das ist ja schon alles der blewzeln. Oh ja. Die für42 der Betrieb ist. Vielleicht ist das so ein Moment, jetzt ist das neu für die größere 450 typef ж��. Aber das ist das nehmen und ordentliche so einigeseres Veríveis. haben soll jetzt mal ausgenommen heilung die ich kann nicht stiefel die durch schlamm warten regen und blut hilfreich nicht sechs bis 36 schade das es ist so wie der heilung kann die blöden nicht die schlamm waren ausgewiesen die hohe also alles was ich jetzt mache ist Den irgendwie am Leben zu halten und mich hier durchzuballern, hier, ähm, ne, ähm, da, gift. Und Klatsch, mach mal. Dann halt und heilen, eins. Das ist so random, der Heiler. Ich kann die Blumen nicht, ähm, komm, jetzt trifft. Danke. Slowly, gently, this is how a life is taken. Ähm, Moment. Du da. Keine Wirkung, dann guckst du ja nur so in die Sack, ist leer. Okay, jetzt kann ich auch rausgehen. 460k. Und Stufe 4. Nice. Streuung, mir ist Schaden, Ferngerfähigkeit, Chance auf mir, Chance auf Tugend, Langeweile, ehrlich. Anfall, ja. Also zwei Kandidaten wieder zum Behandeln. Langeweile, weg damit. Die Schwächung, ja. Der das? Ah, toll. Die muss natürlich erstmal woanders, äh, der muss sich mal so ein bisschen entspannen hier. Nur beten. Gut, ich die Gebetszeit schon ausgebaut hab. Ja, viel Spaß beim beten. 113 so nach stress sortieren der hat auch 53 so hier kann man trinken gehen nur die die andere haben alle fast keinen stress das ist ganz gut eine stufe sortieren wenn ich mal die Vampirgäste von ihm behandeln wenn ich halt so oft geschwächt wird da bin ich die erste stufe 4 jetzt krass ich nähere mich doch mit relativ großen schritten moment mal hier ähm dingens da bringe die ausbauen kostet für lagerfähigkeit so jetzt mal ausbauen sieht noch ein bisschen schicker aus ähm könnt die bar noch ein bisschen ausbauen die plätze erhöhen sechs bilder vier vierzehn davon aber warum nicht dann wird sich schon ziemlich auf mit genug ale vielleicht können sie gegen die horrors unter dem vorfahren in in time du wirst die büsten fürs kloster die bilder ich kann neue waffe ich kann neue stufen freischalten vier fähigkeiten ein strikt regimen ist paramount wenn man die brutal arithmetik kommt hat mit so eine ausbinden die schuss aber das ist wichtig ich darf hin so ein schluss weil dann nicht bei dem ersten nutzer für die hier mal die Ich glaube, die Heilung ist ein bisschen das Krasseste, was man hochnehmen muss. Wo ist eigentlich meine Heiler? Habe ich sonst keine Heilung mehr? Pandoria? Hier, Heilung, Heilung. Das war's schon. Hier Kronkh noch. Ich muss die Heilung noch erhöhen. Das war's aber dann schon, oder? So ziemlich. Ich segne mich selbst, wenn ich unwürdig sein mag. Ja. Und als nächstes haben wir hier fast nix mehr davon. Oh. Oh. Das ist das Experten-Ding. Wir müssen mal hier die Bosse angehen. Und dringend mal durchmachen. Ähm. Im Wald. Chance auf Tugend minus Stressschaden. Widerstand gegen Todesstoß. Widerstand gegen Gifttauch. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Hm. Wir machen einfach eine lange Tour. Da könnte ich Sepp nehmen. Da könnte ich Lüdy nehmen. Pandoria ist heiler. Ich meine, nee, nicht Pandoria. Da könnte ich Block II noch mitnehmen. Und Kronkh ist heiler. So. So, wenn Schuh draus ist, ist ein ganzer Quatsch. Aktivität sortieren. Du bist ganz gut versorgt. Ich hab' ich gerade schon. Du bist auch gut versorgt. Du bist Gezo versorgt. Seppjö. Geht so. Und. Waffenschmied. Kronkh. 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 Ja, will ich sagen, dann würde das hier das nächste sein. Vielen Dank.